Ja, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über die mobile Bildbearbeitung einmal im Smartphone mit Lightroom Mobile. Also das bezieht sich jetzt alles wirklich nur auf Lightroom, nicht irgendwie auf die Standard-App im iPhone oder in anderen Telefonen, rein nur Lightroom von Adobe. Und ich habe mir auch gleich mal ein Bild hier rübergezogen vom wunderschönen Eibsee. Ihr kennt das Foto bestimmt auch schon von Instagram und ich werde euch einfach mal zeigen, wie ich diese Bilder daran bearbeiten würde, wie ich da den Look anwenden würde. Und klar, das ist immer eine Frage des Geschmacks. Also es gibt da keinen richtig oder falsch, sondern eher ein, das gefällt mir und das würde ich anders machen. Ich würde jetzt mal eben die Bildschirmaufnahme aktivieren, sodass ihr dann auch all das im Nachhinein sehen könnt, was auch ich jetzt hier sehe. Und ich glaube, die läuft schon. Ja, sie läuft, genau. Also ich öffne einfach mal das Bild hier in Lightroom und das ist sehr ungünstig von vornherein zugeschnitten, weil das Ganze schon sehr groß, also sehr schmal im 16 zu 9 Format für eine Story vielleicht passend von mir zusammengesetzt wurde. Also das ist ein Panorama aus mehreren Bildern und das Ganze gilt es natürlich zuzuschneiden. Im Nachhinein oder zuerst. Ich bin ein großer Fan von gleich zuzuschneiden, einfach um festzulegen, wie das Ganze aussehen soll. Und da gehen wir mal hier rüber in das Freistellen-Tool, in Benutzer definiert. Und wenn du jetzt Instagram zum Veröffentlichen nehmen möchtest, nehme ich das 4x5 Format, schiebe mir das ein bisschen so zurecht. Die Gitterlinien helfen auch einzuordnen, wo sich was befinden soll im Foto und das ist sehr praktisch. Und natürlich ist immer die Frage, was möchtest du von dem Foto zeigen oder was möchtest du mit dem Foto aussagen? Möchtest du zeigen, wie sieht der Himmel aus über dem Eibsee oder wie sieht nur der Eibsee aus oder der Eibsee mit der Hütte in den Bergen? Und dementsprechend sollten auch die Informationen in dem Bild sein. Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen so zurecht geschnitten und würde die Insel mit der Hütte so in dieses untere Drittel mit reinnehmen. Da sehen wir noch ein bisschen was vom Himmel mit den Bergen. Und ja, das würde ich so nehmen und würde sagen, das bestätigen wir. Dann gehen wir als nächstes natürlich, wir könnten es uns einfach machen und in die Autobearbeitung gehen. Da gehe ich mal drauf und da sagt das iPhone oder die App, wir machen das mal so hell. Das möchte ich aber nicht, ich gehe wieder zurück. Wir gehen mal in die Standardbearbeitung hinein und als allererstes würde ich hier die Belichtung etwas mehr hochziehen, so ein Ticken mehr. Kontrast lassen wir mal noch in Ruhe. Lichter würde ich tatsächlich noch ein bisschen runternehmen, die Tiefen mit hier raufziehen, die Schwarzwerte auch mit nach oben ziehen, sodass wir in den dunklen Bereichen, in den Details in dem Foto auch ganz viel abrufen können. Und je nachdem, was du auch machen möchtest, das möchtest du vor allen Dingen die Highlights rausbringen, dann müssten wir die Weißwerte noch ein bisschen mehr nach oben ziehen. Ich würde das mal jetzt so machen und die Lichter noch ein bisschen nach unten. So, okay. Jetzt kennt ihr wahrscheinlich das Spiel mit den Tonkurven. Da gibt es ja viele Fotografinnen und Fotografen, die das Ganze dann in diesem Faded-Look machen, wenn man das quasi so macht. Bin ich kein Fan von, aber das ist wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich mag es eher so ein bisschen ein Ticken dunkler, ein bisschen punchiger. Ihr seht das, ich habe das gerade hier so ein bisschen auch angepasst, zu so einer leichten S-Kurve. Und ihr könnt das Ganze auch hier oben noch mit den Helligkeiten so ein bisschen noch so ein bisschen abfedern oder abwedeln, indem sie quasi leicht faded werden. Das mag ich sehr im Look. Also so sind sie quasi sehr spitz. Und ich mag sie aber noch ein bisschen abgezogen, so auf diese Höhe ungefähr, genau. Das Gleiche kannst du jetzt mit den verschiedenen Farbkanälen auch machen. Für den Roten, für den Grünen und für den Blauen. Ich würde einfach mal, dass wir das mal ein bisschen durchgegangen sind mit euch gemeinsam machen. Und zwar ist auch ein sehr schöner Look, die Rotkanäle am Anfang noch sehr tief zu ziehen und dann hier zu den Mitten sehr schön so rauszukommen. Bloß nicht übertreiben, weil das Ganze sehr schnell total unnatürlich aussieht. Denn am Ende ist ja immer die Frage, was möchtest du für einen Look erzeugen? Und ich mag diesen leicht kühlen, aber dennoch sehr orange-gelb-lastigen Look. Je nachdem, was das Foto auch hergibt. Ich würde das mal so lassen. Wir nehmen mal den Grünkanal her. Da machen wir auch ein ähnliches Spiel. Auch hier wieder Vorsicht ist geboten. Nicht übertreiben. Also klar, man kann das Ganze auch sehr weit nach unten ziehen. Aber das muss dann auch schon der Geschmack sein. Und meiner ist in dem Fall nicht so. Und natürlich auch so ein bisschen noch in den Blaukanal ein bisschen herumspielen. Und das Ganze noch etwas kühler machen. So, ihr seht, das Ganze säuft auch sehr schnell ab in die Farbbereiche. Aber das Ganze lässt sich natürlich auch im Nachhinein noch ein bisschen retten, indem man dann sozusagen über die Kanäle hier so arbeitet. Es gibt auch die Möglichkeit, über diese Waveform herzugehen. Da kannst du quasi auch nochmal die Tiefen noch ein bisschen rausziehen und die Helligkeiten noch ein bisschen noch einen Ticken rausholen. Das ist quasi das gröbere Feintuning. Das mag ich nicht so. Ich mag eher die ersten Kanäle, weil ich da sehr gezielt, sehr spezifisch arbeiten kann und jetzt quasi keine Field Areale auf einmal anfassen muss. Okay, das lassen wir so. Wir gehen in die Farbe rein. Und hier hast du jetzt die Möglichkeit, mit dem Weißabgleich zu spielen und zu arbeiten, was du denn möchtest. Ich mag auch gern die Dynamik ein bisschen herabsetzen. Den Weißabgleich würde ich hier wieder etwas wärmer wählen, einfach um die Farben noch ein bisschen rausholen zu können. Ihr seht, es tut sich ganz viel im Foto. Es wird natürlich sehr, sehr grünlastig. Aber das Ganze kann man auch so ein bisschen auch entgegen bearbeiten, indem man entweder die Sättigung ein bisschen rausnimmt, die Dynamik ein bisschen rausnimmt beziehungsweise kannst du auch hier oben im Farbmix nochmal das Ganze anfassen. Und wenn du jetzt die grünen Farbwerte hernimmst, die ziehe ich mir sehr gern sehr weit runter, je nachdem, was jetzt dein Geschmack ist. Das Rot würde ich ein bisschen herausheben, weil ich möchte das rote Dach von der Insel auf jeden Fall noch drin sehen können. Orangetöne ziehe ich mir auch gern ein bisschen höher, wenn sie denn vorhanden sind. Wir haben hier auch nochmal den etwas bläulicheren Farbton, den wir uns auch hier in meinem Fall ein bisschen mehr entsättigen würden. Den kannst du hier auch nochmal in der Farbe anpassen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ihr seht, da tut sich vor allen Dingen im Wasser einiges. So ein Ticken hast du da im Wasser eine Veränderung. Und natürlich, wer hätte es gedacht, vor allen Dingen der Blauton ist hier sehr dominant. Den kannst du hier entweder sehr übertreiben oder sehr weit zurücknehmen. Du kannst auch hier nochmal den Farbton anpassen, in welche Richtung es denn gehen soll. Und auch hier sind dem Ganzen kaum Grenzen gesetzt, je nachdem, was du machen möchtest. Ich würde auch hier noch ein bisschen schauen, dass es nicht ganz so blau-lila-lastig wird. Ihr seht hier, ich spiele ein bisschen mit den Reglern, um euch zu zeigen, wo die Möglichkeiten liegen, ob sich etwas tut im Bild oder nicht. Denn es gibt einige Farbkanäle oder Farbwerte, die ändern nicht wirklich was im Foto. Außer eben in dem blauen und in dem grünen Bereich. Ihr seht das hier, das ist schon fast Chroma-Farben. Und auch hier mit dem Gelbton kann man hier einiges machen. Vor allen Dingen in den Bergen hinten sehe ich, dass sich da einiges tut. Ich würde das mal eher so in die Richtung halten, genau. Und beim grünen Wert würde ich tatsächlich noch ein Ticken runtergehen und würde auch diesen Blauwert noch ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen so mehr anpassen. Okay, fertig. So, dann habe ich die Möglichkeit, ins Color Grading reinzugehen. Und zwar würde ich hier die Tiefen immer so mit 205, ja, 206 irgendwie so in die Richtung würde ich auf jeden Fall bearbeiten. Ihr seht hier, da könnt ihr hier noch sozusagen die Sättigung übertreiben. Es ist ein fast blaues Bild und nehme ich nur ein bisschen rein, so bis zu 5, 7, dann passt das. Und in den Highlights ein ähnliches Spiel. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst das Ganze sehr warm, hier mit einem 40er-Wert und ich ziehe die Sättigung hoch. Du siehst, dann bekommt das Bild einen anderen Farbton. Oder ich gehe auch hier wieder in den 207 vielleicht so. Da kann ich hier noch ein bisschen mehr diesen Bluetone, diesen cinematischen Bluetone mit reinbringen. Auch hier sind die Mitteltöne. Ich zeige es nochmal exemplarisch. Kannst du hier auch wieder einen Farbton auswählen. Wir nehmen jetzt mal hier etwas Wärmeres. Und ich könnte jetzt quasi sagen, ich möchte es bitte so haben. Und dann verfärbt sich der mittlere Farbtonbereich, auch wo die Schatten schon ein bisschen mit hineingehören, aber auch die Spitzlichter verfärben sich dann in diese Richtung. Und ich ziehe jetzt mal die Sättigung hoch und möchte zeigen, welchen Look dann die dementsprechenden Farben erzeugen. Von warm bis ganz kühl. Ja, ich könnte quasi bis hier hingehen, bis zum fast schon lila-rot-Ton. Und wir gehen wieder zurück. Auch ein ähnliches Spiel. Also hier kann man, ja, so ein bisschen auch, je nachdem, was man machen möchte, auch den Look einstellen. Ich würde das jetzt mal so geringfügig ein bisschen so lassen. Einfach ein bisschen wärmer. Und würde sagen, hier gehen wir raus. Im Weißabgleich kannst du hier natürlich nochmal jetzt nachregeln und indem du das Ganze wärmer machst, nochmal deutlich mehr rausholen. Gerade was die Bäume angeht und die Baumstämme, könntest du jetzt hier dir noch ein bisschen mehr Realität reinholen. Hier den unteren Wert fasse ich selten an. Ihr seht hier, was ich meine. Also ziehe ich mir das in diesen, in diesen, was ist das? Pink Bereich ungefähr. Dann musst du aufpassen, weil dir die Schatten dementsprechend auch die Färbung einnehmen. Du kannst es auch ins Grünliche ziehen. Wäre jetzt nicht mein Fall. Deshalb nehmen wir das Ganze eher so ein bisschen mehr hier hoch. In diesem Bereich. Und wir passen hier oben den Wert noch ein bisschen an. So. Okay. Sehr gut. Hier unten mit der Sättigung, da gehe ich meistens nochmal ganz zum Schluss rein, um zu gucken, passt das alles von den Farbwerten oder ist da irgendwas zu dominant? Muss ich das Ganze wieder ein bisschen mehr zurücknehmen? Weil ich mag ja eher so die entsättigteren und die etwas verblassenderen Farbtöne und dann dafür aber auch Bereiche, wo das Ganze dann punchig rauskommt. Und es ist halt wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks. Okay, wir schauen nochmal in die Belichtung rein, ob sich hier noch etwas machen lässt, ob wir etwas machen müssen. Also, ja, ich würde sagen, die Tiefen nehmen wir noch ein bisschen so raus. Die Lichter ziehen wir quasi direkt auf Null. Ich muss mir das Ganze mal in groß anschauen. Ja, das würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall so nehmen. Und dann müssen wir natürlich noch schärfen. Und zwar gibt es ja einen Trick, du kannst hier auf Schärfe gehen und setzt den Finger drauf und dann siehst du quasi über diesen Chroma-Bereich, wo das Bild schärfer wird und wie scharf es wird. Und ich würde es ja aber auch nicht übertreiben, ich würde es vielleicht ungefähr so lassen. Ja, so sieht das ganz gut aus. Und hier unten im Maskieren legst du fest, welcher Bereich geschärft werden soll. Ich lege meinen Finger oben auch wieder drauf. Und sobald ich den Regler nach rechts schiebe, siehst du quasi mit dieser Maske, welcher Bereich scharf nachgezogen wird. Und ich würde das irgendwo hier schon sehr weit oben irgendwo anziehen, einfach um den kleinstmöglichsten Bereich nachzuschärfen. Denn das Wasser, das ist quasi da und das muss ich jetzt nicht unbedingt sehr scharf haben, aber die Hütte und die Bäume, ja bitte die schon. So, und mit dem Radius lege ich auch nochmal fest, in welchem Grad das Ganze gemacht werden soll. Das würde ich vielleicht auch minimal so hier machen. Ja, so ein bisschen, 1,3. Okay. Und jetzt gibt es noch einen Trick und zwar kannst du im Bereich Klarheit und Struktur denn nochmal besonders mehr Struktur und Schärfe, wenn du es möchtest, in das Bild reinholen. Das heißt, gehe ich auf Struktur, wird das Bild nochmal deutlich nachgeschärft und auch alle kleinen, feineren Strukturen, wie beispielsweise die Baumspitzen oder gerade auch hier in dem Bereich der Nadelbäume, siehst du dann viel mehr Details. Du kannst mit Klarheit das Ganze nochmal übertreiben und überspitzen, ist aber überhaupt nicht mein Fall. Ich gehe eher so auf Klarheit minus, minus 9, minus 9. Jetzt wirst du dich wundern, die Klarheit sorgt doch für mehr Schärfe im Bild und erzieht das Ganze in den Minusbereich. Ja, genau das ist nämlich der Trick. Dadurch hast du dir all die anderen Bereiche etwas softer im Bild und wenn du jetzt gut geschärft hast, das Foto gut aufgenommen hast, also technisch gut aufgenommen hast und gehst ein bisschen bei Klarheit in den Minusbereich, wirkt das Ganze nochmal deutlich smoother und bekommt für mich auch nochmal mehr diesen Dreamy-Mood, wo das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen cinematischer aussieht, wenn man so möchte. Genau. Das war es mir fassig nicht anders. Also Vignette muss ich nicht haben. Ich zeige euch das nochmal kurz. Du kannst sie quasi in den Negativbereich einsetzen, sodass das Ganze etwas mehr quasi eingefasst wird. Vignette ist der dunkle Randbereich um das Bild herum oder du kannst in den Positivbereich gehen, wo das Ganze aufgehellt wird. In dem Fall mag ich das gerne lassen, wie es ist. Ich weiß, dass einige von euch bestimmt die Vignette so ein bisschen reingezogen hätten, aber ich zeige euch gleich, wie wir das Ganze charmanter machen können, weil so ist das für mich zu rein vignettiert. Wir setzen das Ganze mal auf Null, denn wir haben ja noch viele Möglichkeiten mit der Maskierung und da gehen wir gleich mal rein ganz links und da sage ich, das Bild macht ein bisschen kleiner und wir nehmen uns mal einen linearen Verlauf, ziehen uns den von oben hier rein. So, okay. Und ich sage, im Lichterbereich möchte ich die Lichter auch etwas dunkler haben, vielleicht die Belichtung sogar noch einen Ticken, nur so einen Ticken. So, okay. Das lasse ich so, mehr fasse ich nicht an und sage, okay. Und wenn du möchtest, könntest du theoretisch unten auch noch, in dem unteren Bereich, die auch noch ein bisschen etwas Dunkleres hineinmalen. Hier würde ich einen Pinsel nehmen. Ungefähr auf die, ja, doch auf die Größe vielleicht eher ein bisschen größer, ein bisschen größer, ja, so. Und auch noch deutlich softer, sodass wir quasi, ja, so, okay. Sodass wir quasi sicher gehen, dass wir den, halt, ist mit wieder rausgegangen, sorry. Nochmal Pinsel auswählen, das ist er noch. Und, genau, okay. Und jetzt male ich hier so ein bisschen hier so rein, ganz vorsichtig und setze mir wieder mit dem Lichterbereich unten etwas die Lichter noch herab, so ein kleines bisschen nur und könnte auch über die Tiefen noch ein bisschen, noch ein bisschen abschatten unten. So habe ich aber keine Vignette um das gesamte Bild herum, sondern nur in dem Bereich, wo ich es möchte, wo es für meine Begriffe cool aussieht und sage hier auch wieder, okay. Und jetzt können wir quasi schon den Vorher- und Nachher-Effekt vom Foto sehen, indem du mit dem Zeigefinger lange auf das Bild hältst, schaltet Lightroom um in Vorher und Nachher. Und du siehst, der Himmel ist quasi vor diesem, ja, sehr grün-blaustichigen hin zu etwas verblasster verändert worden und auch der gesamte Wald kommt etwas, etwas mehr, Dreamy, etwas mehr, Mutige auch rüber für meine Begriffe, die auf der Insel siehst du vor allen Dingen sehr, sehr gut inzwischen das Haus mit dem roten Dach. Ich finde, das hat sich sehr gut rausgearbeitet. Jetzt könntest du noch ein bisschen feintunen und sagen, okay, ich möchte vielleicht weniger grün, dann kannst du das Grün verändern, habe ich gerade eben gezeigt. Du kannst aber auch sagen, ich möchte in den Himmel ganz anders. Das machen wir noch. Und zwar gehen wir hier auf Himmel auswählen und dann wird der Himmel automatisch erkannt und dann kannst du hier in deiner Farbe auch noch mal ein bisschen festlegen, möchte ich das wärmer haben, also gehe ich quasi im Weißabgleich etwas mehr das Gelbe hinein, möchte ich ihn kühler haben. Es gibt auch Fans von so einem stahlblauen Himmel. Das ist jetzt gar nicht meins, das ist eher so dieser Tourismusguide-Look, aber eher so leicht ins Gelbe gezogen. Würde ich in dem Fall eher so machen. Und da kannst du natürlich auch hergehen und den gesamten Himmel, also das ist anders als der lineare Verlaufsfilter, den wir vorhin eingefügt haben, weil der sorgt dafür, dass wir einen sehr smoothen Übergang haben, was das Lichtverhältnis angeht. Hier in diesem Effekt geht es aber nur darum, nur den Himmel anzufassen und ihn in seiner Farbe noch mal zu verändern. Aber hier kannst du auch den Himmel natürlich dunkler gestalten, wenn du sagst, ich will ihn so haben. Ich kann ihn auch einfach komplett weiß machen, indem ich ihn überbelichte. Ich kann aber auch das Ganze auf Null setzen und die Lichter ein bisschen zurücknehmen, um noch so einen Hauch von Wolken erkennen zu können. Das geht natürlich auch, das ist kein Problem, hier sage ich wieder okay. Und wenn du jetzt, jetzt kommen wir zu dem Nächsten, wenn du das Ganze exportieren möchtest, du möchtest das ja in der Regel drucken, an Freunde verschicken oder in Social Media veröffentlichen, dann gehst du hier oben auf diesen Pfeil, der ganz oben rechts ist, also das dritte Symbol von rechts und dort kannst du festlegen, wie du das Ganze jetzt verbreiten möchtest. Du kannst es teilen, ganz normal, du kannst einen Link erstellen, du kannst Personen einladen, du kannst es mit anderen Programmen öffnen und und und. Du kannst es hier in dem iPhone beispielsweise auch in Dateien exportieren, wenn das für den Workflow danach besser ist. Du kannst das Ganze aber ganz easy in die Aufnahmen exportieren, so mache ich das immer und ruf mir dann dort das Bild wieder ab und zieh es dann raus und veröffentliche es dann für Instagram oder um es weiter zu verschicken oder an Kunden zu schicken, um zu zeigen, hier, so könnte das ungefähr aussehen vom Look, vom Zuschnitt, so ein bisschen in die Richtung, dass auch schon eine Vorstellung entstehen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man damit im Nachhinein machen kann. Was du aber auch machen kannst, ist, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, das ist das Thema Presets. Ihr seht das hier unten und das ist sehr speziell, gerade in Lightroom Mobile, das heißt, du kannst auf deinem Telefon auch in die Presets reingehen. Ich habe es auch selbst eigene Presets, ihr seht das, Benutzer-Presets und zwar auch gar nicht so wenige und du kannst aber auch über Lightroom, oh, ich bin gerade offline, daher geht es gerade nicht, aber du kannst über Lightroom direkt auch sagen, ich möchte gern den Effekt so haben oder ich möchte gern den adaptiven Himmel. So, da können wir quasi hier dramatisch dunkel auswählen und da wird automatisch der Himmel dunkel gestaltet oder Gewitterwolken-Effekt, also wenn du Gewitterwolken in deinem Himmel hast natürlich und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, die du quasi hier durchspielen kannst. Ich gehe nochmal rein, weil ich wollte diesen Effekt nicht übernehmen. Für Portraits gibt es eine ganze Menge, wie ihr seht, für verschiedene Hauttypen auch. Dann kannst du ja auch Jahreszeiten auswählen, das war glaube ich auch im Herbst ungefähr gewesen und jetzt siehst du schon unten, du hast verschiedene Vorschau-Möglichkeiten für die Presets, die der Lightroom jetzt damit erstellen würde. Also ich sag mal, der zweite, das sieht dramatisch aus, den nehmen wir mal und das ist gar kein schlechtes Bild. Also das sieht sehr realistisch aus, der Himmel ist jetzt nicht mein Fall, aber so der Rest vom Bild wäre auch recht cool, ist weniger moody als unsere Bearbeitung gerade eben, aber ich kann natürlich auch noch andere Sachen auswählen, ich kann auch sagen, ich möchte jetzt mehr so Sepia-mäßig haben oder ich möchte hier so eine krasse Vignette drin haben oder ich möchte den Look so haben und du kannst das Ganze trotzdem im Nachhinein auch noch verändern, das heißt, wenn wir jetzt diesen zweiten Look auswählen und sagen, okay, dann gehe ich in die Details und halt in die Effekte und ich kann quasi sagen, ich möchte die Vignette jetzt nicht so haben, ich möchte es mehr aufgehalten haben, dann gehe ich etwa so in plus zwei und den Himmel möchte ich auch nicht so haben, das heißt, ich gehe wieder auf den Himmel drauf und sage, bei dem Himmel halt gehen wir in die Farben rein und ich kann ihn etwas blauer machen, ich kann ihn auch gelblicher machen beziehungsweise kann ich ihn auch einfach heller gestalten, wenn ich das möchte und er ist dann komplett weiß. Also du kannst da verschiedene Möglichkeiten hier anwenden, du kannst mit dem Preset das Bild quasi weiter bearbeiten und das finde ich ziemlich cool, das heißt, wenn du kompletter Anfänger bist, kannst du in Lightroom reingehen, in das Mobile, schaust dann hier unten in die Presets rein, suchst dir dein Preset aus, was du möchtest und das ist schon ziemlich geil, weil Adobe analysiert dein Bild automatisiert mit künstlicher Intelligenz und sieht sozusagen, was für dein Foto gut und passend wäre und schlägt dir das vor und das finde ich ziemlich cool, weil gerade für den Anfang ist es sehr hilfreich, um aus Bildern schon mal etwas mehr rausholen zu können, ohne dass du jetzt vier Tutorials sehen musst und dir das ganze Wochenende mit Videos durcharbeiten musst, das finde ich schon ziemlich gut, also für alle, die damit erst anfangen, ist das wirklich ein sehr schöner Effekt, sage ich mal, für den Anfang, für alle, die schon länger fotografieren und länger Bild bearbeiten, für die ist es vielleicht eher so das Thema, ich schaue mal rein, hole mir Anreize, hole mir Ideen ab, aber natürlich wirst du deinen eigenen Look, deinen eigenen Workflow haben und wirst es in der Regel nicht mehr abrufen und du kannst, wenn du sagst, dieser Look gefällt mir jetzt besonders gut, den ich hier habe, halt ich bin jetzt drauf gekommen, dann gehe ich hier oben auf diese drei Punkte und könnte jetzt theoretisch hier ein Preset erstellen, ich könnte die Einstellungen kopieren, wie du siehst, um dann zu sagen, auf das nächste Bild gleich automatisch übertragen, indem ich dann einfüge oder ein Preset erstellen und ich nenne das Ganze, ja, ich nenne das Ganze jetzt mal Eibsee, Eibsee, und nenne das Ganze noch Insel mit Hütte und dann kann ich dann auswählen, was dazu alles gespeichert werden soll, ich sehe das hier, die ganzen Effekte können mit angewählt werden, Maskierungen sind abgewählt, das macht auch Sinn, weil du in der Regel den Himmel neu auswählen musst, du musst auch, wenn du Masken eingefügt hast, die in der Regel nochmal anpassen und neu einfügen, das macht dann durchaus Sinn, die hier nicht anzuwählen und dann sage ich hier okay und dann wurde dieses Preset gespeichert auf meinem Telefon, ich kann das abrufen und für jedes Foto auswählen und wenn ich einen ähnlichen Look habe, quasi wenn ich an dem Tag mehrere Fotos aufgenommen habe, könnte ich diesen Look auf jedes Bild übertragen mit einem Klick auf das Preset. So, ich würde sagen, ich schließe mal die Bildschirmaufnahme, denn wir haben jetzt schon sehr, sehr lange aufgenommen, ich habe das Foto, denke ich, recht gut und eingehend mit euch bearbeitet. Mich würde jetzt interessieren, arbeitet ihr mit Lightroom Mobile auf dem Telefon, auf dem Tablet oder wo auch immer mobil? Wenn ja, schreibt mir das mal bitte gerne in die Kommentare und mich würde interessieren, wenn ihr was anderes nutzt, mit welchem Programm ihr arbeitet, vielleicht schaue ich mir das mal an und bespreche das dann hier in einem weiteren Video zum Thema mobile Bildbearbeitung oder bist du jemand, der sagt, ich mache das Ganze nur in der Standard-App, ich brauche keine anderen Programme, auch dann bitte gerne in die Kommentare schreiben, das würde ich sehr, sehr gerne mit in die Diskussion mit aufnehmen, denn ich möchte sehr gerne zu dem Video nochmal etwas nachbereiten oder nachaufbereiten, sodass wir dann ein Folgevideo haben. Ja, ich hoffe, das war interessant, ich hoffe, ich habe ein bisschen Lust gemacht, Bilder auch ein bisschen mobil zu bearbeiten. Ich habe es im letzten Video ja schon gesagt, ich bin weniger der Fan von der mobilen Bildbearbeitung ausschließlich, weil ich einen größeren Bildschirm selbst präferiere, gerade für exakteres, genaueres Arbeiten, aber für Shots von unterwegs oder wenn es mal schnell gehen muss oder du einfach nichts anderes hast, da ist das praktisch, weil du mobil fast alles abrufen kannst und die Werkzeuge sind ja alle drin, wie auf dem Rechner, das ist ja nicht anders. Demzufolge ist das schon ein sehr, sehr gutes Tool und wer den Zugang zu Adobe hat, das sollte das, denke ich, schon mal durchaus anschauen und mal nutzen. Okay, ich höre jetzt auf zu labern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abonnement hier, wenn ihr wollt. Klickt das Video mit einem Daumen nach oben gerne an und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!